Denk mal an den Osten, Teil 2. Wissenswertes über Marzahn. Im zweiten Teil wird unsere Reise durch Marzahn-Hellersdorf etwas weitläufiger. Westlich der S-Bahn-Gleise der Linie 7, zwischen den Stationen Marzahn und Raul-Wallenberg-Straße, befinden sich zwei geschichtsträchtige Orte. Zum einen erstreckt sich zwischen den beiden Bahnhöfen das Gelände des 1909 angelegten Parkfriedhofs von Marzahn, auf dem sich 4.660 Einzelgrabstätten von Opfern aus Kriegs- und Gewaltherrschaften befinden. Zum anderen stößt man direkt neben dem Bahnhof Raul-Wallenberg-Straße am Otto-Rosenberg-Platz auf den Gedenkort für ein MS-Zwangslager für Sinti und Roma. Die dort befindlichen Tafeln sind allerdings das einzige, was heute noch daran erinnert, da es keine Überreste des Lagers mehr gibt. Marzahn ist übrigens auch ein wichtiger Punkt der Befreiung Berlins. Am 21. April 1945 überschritt die 5. Stoßarmee als erste sowjetische Einheit hier die Grenze Berlins. Ihr Befehlshaber Nikolai Erastowitsch-Bersarin wurde dadurch nach russischer Militärtradition zum ersten Stadtkommandanten der Hauptstadt. Nach ihm wurde auch eine Brücke an der Grenze von Marzahn zu Hellersdorf benannt, die über die Wuhle führt. Der Generaloberst ist seit 2003 Ehrenbürger Berlins. Aber nicht nur mit Blick auf die Geschichte hat Marzahn-Hellersdorf eine große Bedeutung für Berlin. Der Bezirk ist auch ein wichtiger Industriestandort. Im Westen beherbergt er zwei große Industriegebiete mit einer Fläche von insgesamt 758 Hektarn. Darunter auch Teile von Berlin Eastside, Berlins größtem Gewerbe- und Industriegebiet. So gewaltig sich das auch anhört, so trist sieht es da leider auch aus. Ebenfalls beeindruckend und für viele das, was Marzahn ausmacht, ist die Großsiedlung. Dabei hat mein Bezirk so viel mehr zu bieten, als die vielen Plattenbauten, die sich großflächig über das Gebiet von Marzahn-Hellersdorf erstrecken. Den Platten und somit dem Bezirk haftet auch teils ein deutlich schlechterer Ruf an, als sie es verdienen. So verzeichnete man 2018 eine der niedrigsten Kriminalitätsraten Berlins. Nur Treptow-Köpenick und Steglitz-Zehlendorf vermeldeten weniger Straftaten. Auch interessant ist, dass sich in Karlsdorf, Malzdorf und Biesdorf das größte zusammenhängende Gebiet von ein- und zweifamilienhäusern in Deutschland befindet. Insgesamt hat Marzahn, Stand 2019, 268.548 Einwohner, die sich auf eine Fläche von 61,8 Quadratkilometer verteilen. Das entspricht 4.345 Menschen pro Quadratkilometer. Viele sind erstaunt, wenn man ihnen erzählt, Marzahn-Hellersdorf sei einer der grünsten Bezirke Berlins. Doch es stimmt. So befindet sich ebenfalls in Marzahn an der Grenze zu Hellersdorf das Gelände der Gartenschau. Heute ist es als Gärten der Welt ein absolutes Highlight im Bezirk. Als ich noch kleiner war, waren die Besuche dort immer unglaublich toll und aufregend. Und auch heute besuche ich die Parkanlage mit ihren vielen Gärten aus verschiedenen Ländern und Kulturen sehr gerne. Es ist einfach ein wunderschöner Ort der Erholung, der seit der Internationalen Gartenausstellung 2017 auch die einzige Seilbahn Berlins als Verkehrsmittel zu bieten hat. Ich klettere auch gerne auf die Berge meines Bezirks. Nun gut, vielleicht ist Klettern der falsche Begriff, aber definitiv hat man von ihnen einen wunderbaren Ausblick. Mit den Ahrensfelderbergen, 114 Meter, und dem Kienberg, 102 Meter, hat Marzahn-Hellersdorf zwei der sechs höchsten Berge Berlins. Sie befinden sich auf dem Gebiet der längsten Grünfläche der Hauptstadt. Die fast 20 Kilometer des Wuhletals bin ich leider noch nicht an einem Stück abgegangen. Wie Sie sehen, ist Marzahn-Hellersdorf mehr als nur Platte. Es ist ein grüner Bezirk mit einer bedeutsamen Geschichte. Begleiten Sie mich also gerne im dritten und letzten Teil meiner Reise durch die historischen Dorfkerne von Hellersdorf, Karlsdorf, Biesdorf und Mahlsdorf. Untertitelung des ZDF, 2020